willkommen mein name ist dann die wb und meine hause mit mario und wir begrüßen euch drückt bei mario party 8 und es ist immer noch heiß und ich nehme jetzt bischen sterne das hat nicht geil drei mal zehn drei mal zehn das ist mir läden ein dinge ein dinge ich habe eine sache ja ich bin immer noch erster und das ist das passiert war dieser fetter muster platzierte seinen fetten intern auf dem feld ist aber nicht an die haute jetzt gehen wir schöner längst jetzt ein wenig riskieren was allerdings läuft jetzt mal ehrlich was passiert links ich bin sicher hinter dieser wand und ganz wichtig war ja so gut anfangen danach werden wir schon wieder die röhre auf folge fehlt mit minzen nicht so gerade durch so wie ich jetzt sehen ich hab dir zwei sterne geknüpft dann ist das erzählt und diesmal dass ich dir keine chance welche richtung drehen so macht ich bereit zu schwitzen ich schwitze ich schwitze eigentlich immer ja ich würde es eigentlich auch immer auch im sitzen wenn ich nichts zu schlafen Oooooooooo Der hat gewonnen. Krass. Der war's. Neein. Aber wer wolle. Ey man das sah so aus, das ist doch meine Pflanze. Ich waag gewand genauso schnell. Mein Mann ist schon ein Spiel kann ich immer gewinnen. jetzt brauche ich ein bisschen zeugs das ist nicht da ich brauche doch gegenseitig schon mal ein paar sterne ja genau manchmal bin ich da in der nähe wird er nicht ihr beiden seite der nähe ein sternen zwei so ja das ist ja noch ein bisschen ja gott davon näher und der kunden wieder unten und dieser wird besser nicht mehr lange komme ich heran es gibt es mit meiner zunge das ist sehr gut ich habe keinen was ich bin blaues habe das blaue okay chaos vor dem wind ich weiß nicht okay ich hab geschmeid was hat gerutscht also schwitzig ist ja so ein stück sei viel ganz antwort ich will wieder wenn man nicht abgeben und geht beide glauben und den grünen baumont bringt es ja voll ich komme nicht dazu mal genau zu geben drei kinder und kein geld warum kann ich nicht keine kinder und drei geld weil es das noch mal vorwärts rückwärts links und rechts habe ich das nicht mal gewonnen Gibt's uns? Nee, du hast es an Bord. Oh, all eyes on you! Irgendwie trifft hier niemand irgendjemanden. Ja, alle zehn stück. Hoffentlich gibt's irgendwie so einen Stern am Ende für die meisten Münzen. So ein Vogel. Na, was hab ich denn alles jetzt hier? Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Werdet ihr das Ding an Mario? Obwohl wir vor. Weil ich da schon hab, dann muss ich ja auch. Das wäre schon. Da wird ja niemand anders haben kann. Gibt mir alle eure zehn Münzen. All eure zehn. Schön. Ach, ihr wart. Der war direkt mit dem anderen. Ich geb mir alle eure zehn Münzen. Ja, und das ist noch ein Bonbon für mich. Ich war eigentlich egal, was ich würde. Dann hätte ich euch vorhin gemacht. Aber danke. Oh, geil. Das ist so ein Bonbons-Coffee. Ich finde es, dass der Golpe彬 ist. Ich habe zwei Sterne haben und mich rating. Ich werde zum Michael auch ! stimmt das ist eigentlich gut für mich es kann doch nicht wahr sein aber mein glück erreicht sowieso nicht danke da ist der redaktor wieder um warum warum ich mache menschen die sind so wichtig was man andere ist okay so sie tut euch alle noch hier aus dem weg machen ich war läuft der warum ist gar nicht so schlecht eigentlich und da ist mein erster stern und er hat nur noch ein ist das euer scheiß ernst dass mein zweiter ich will nicht mit dem warum denn kuchen backen jetzt um kuchen haben kuchen da können wir nur gewinnen war ihr fristen wahrscheinlich während der kuchen sowieso eine lüge ich habe noch nie gesehen hat irgendwie mario bekommen hat ich glaube sie sind nein was machst du in der wir waren falsch platziert die kerzen kann man noch nicht essen und haben die mandarin die mandarin die mandarin war 119 ich muss mal kurz nachdenken ich muss mal kurz nachdenken die mandarin die mandarin die mandarin die mandarin ein das ist ein 44 und da bin ich so potenziellen sich ich glaube warum setzte die ganze zeit links eine dieser gierige sein gott will nur geld habe hier das ist sein kammer habe ich einen hintern obdruck auf dich von denen sein hinter nach meinem kopf keine ahnung habe ich mich an den dingens einsetzt hier seine bauser dinge war du kriegst du nicht zurück jetzt nach rechts und dann siehst du mir vorbei so einfach geht hat wo ist jetzt nach links du bist immer noch erster ich will aber weit erst aus dem mann wir beide haben sieben sterne ich will aber acht haben und habe ich gerade in stadt abgenommen alles und wir sind hier so ungefähr 18 minuten heute hat nur so in den raum werfen jetzt jetzt sollte sich die ganzen bonbons jetzt 20 und ein kugel jetzt hier ist mal willst du einfach mehr ich gucke in deine seele noch auf ihn der 17 hat hat man sich 18 wir gehen dann kann sich übrigens goldfänger ja ja ich bin allein ich muss mich nun nicht mit euch juni umschlagen ja ich bin wieder auf auf stachel fangen ja nein fangt die einer verpasst was machst du jetzt nicht mehr? du machst das nicht mehr das genau da jetzt nicht mann dammit, angry das war ein glückgleich das bombom hatte und einmal dringende obwohl ich habe gesagt wird mir gleich in die quere kommen nein 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 nicht nächstes machst du überleg dir gut was du als nächstes machst ok warum wollen wir sehen wie weit seid ihr denn von mir michaelin bauer ist zweimal eine 2 doch ich habe alles perfekt hier eingestellt und dann kommt die blöde und deswegen haben wir die dauernd kaputt ja was jetzt für ein spiel kommt ich mache die fertig wenn wir was sei irgendwie drüber gehen dann weil die anschlag mit meinen stock schade können sie umboxen ich will die boxen weil wir gegen das mal habe ich im letzten spiel war ich könnte ich glaube ich glaube ich bin ich spiel nicht so muss er die größte dann schlagen der vorteil langsam und aber harte schläge langsam und hart ok vielleicht habe ich ja noch war dann starten war so ein bisschen ich glaube ich mir den schnappen wir uns rakete zünden und so hart nach links bitte na und einmal umdrehen der lässt sich umdrehen glaube ich oder eigentlich von euch beiden da habe ich die ganze karte zu spriten ist es zu wahren weil es auch in der mist hat euch mal alle vor mir auf grenzt geht weil er mit seinen blöden dingen die auf der datt schon eingesetzt und dann zweimal man braucht eine sterne um zu gewinnen nicht wünschen weil es ein bisschen verkehrt weil hierbei so viele haben aber trotzdem ja ich glaube dann nach rechts wer verpflichtet hatte ich die hat ja gar keine mehr stimmt ja aber immerhin kriegst du mich nicht leben bis dann ich denke das sollte doch für diesen pack mal reichen bald noch eine runde ja natürlich ich denke das sollte doch für diesen pack mal reichen auf den dicken ja ich glaube es ist ein schnurrbart und ich glaube ich den arsch ja das ist wertvollste kalorien reichste damit könnten wir wie die stelle kleinkamilie versorgen für drei wochen ja da kommt der fliegende dicke der fliegende italiener ist verwandt mit dem fliegen holländer fliegen holländer oh nein das ist der fliegende holländer glaub ich ne etrage eugene craps deine zeit ist gekommen ich bin nicht eugene craps ich bin will weg weg hoch nach ich spreche nach unten ich dachte einfach in der ecke und hab mein leben geschält mal 22 100 teils im nächsten part könnten wir sogar die sieben noch schaffen ja der nächste part ist der letzte part ist die bretteste nach dieser mini spielbretter ja also natürlich ein bisschen doof ich bin ehrlich gesagt gar nicht so schlecht bonbons zauber ein eventvolle runde für mich nein mann geh weg da sieht es ja wieder feuer aus 12 2 das reicht nicht das ist gut das ist nicht wieder diese bauern achtung aus dem weg warum macht er uns war das ist ein geist gesehen da ist die rolle wir müssen die ab wir müssen die abwerfen ja kein geiler er ja obwohl ja keine sterne er hat eh nichts die ist so arm müssen wir über bord werfen ja jetzt hat sie macht 17 wie lange dauert das denn noch jetzt das moment werden wir müssen die nicht bescheuert jetzt hat schnarchbonbon mit werfen genau das war die einzige das war ja logische erklärung ja ich aktiviere meinen menschen um die zeit zu verlangen sammeln um noch leichter zu würfeln baust du brauchst doch nicht da ist ja schon genug sterne ich bin hier noch nicht mehr die eine hat gar nichts mehr faktisch ich habe jetzt wieder hat sich gelohnt ich finde das hat sich gelohnt wir kommen jetzt mal ein kampfspiel um 50 münzen ja dann diese schnipp und schnapp spiel warte ich bald zu schwitzen ich schwitze doch schon ja also muss oder jetzt so gott irgendwie fand ich nicht und damit verabschieden wir uns der nächste part wird der letzte part im party modus sein also bis dann und tschüss